alle jahre wieder kommen sie die kleinen silberdrahtpflanzen silberköpfchen oder auch kaliocephalus genannt wunderschön sind sie und die wollen wir wunderschön in szene setzen das ist die top winterdeco 2021 mit mir dem blumenmann für draußen ja ich habe da einen wunderschönen großen korp und diesen korp füllen wir mit platon damit dieser silberdraht nicht gleich im topf oder im korp verschwindet hey wow mit dieser harmonie hast du die top winterdeco schon fast selber gemacht aber es welt noch was kleines und zwar brauchen wir für die top deco 2021 wintertrend 2021 eine lichterkette die ist jetzt nicht für draußen gedacht aber da hat der blumenmann auch eine idee nehmen wir doch einfach so ein kleines plastiksäckchen legen da die batterie hier schön rein drehen das ganze zu kleben da ein klebstreifen ran stecken die kanüle da rein verstecken sie im besten etwas hinten so dass man sie gar nicht so gut sieht und dann können wir für diese top winterdeco das ist nicht rennt das ist einfach style jedes jahr wieder neu einfach wunderschön diese silberdraht pflanze mit der lichterkette in szene sitzen sie ist da rhythmisch ein wenig dieses lichter ketten teil einbinden wenn ich schauen dass wir da sie auch ein wenig rein legen in diesen pflanzen knäuel und so kann es natürlich noch ein großer stellen irgendein band oder sonst irgendwas rein machen aber ich finde es schlicht einfach und schön 2021 winterdeco silberdraht pflanze lichterkette und fertig ist deine sie